herzlich willkommen zur let's play far cry 3 wie immer fränkisch wir waren hier stehen geblieben bei einer gescheiterten mission und wir sollen dieses komische dock erreichen ich würde sagen wir laufen jetzt mal hinten herum schade immer noch keine munition warst du das jetzt wissen können wie du siehst mich sie doch gar nicht kann ich vielleicht vielleicht wenn ich wenn ich jetzt hier so richtig durchschwimmen würde mich jetzt mal interessieren ich mache das jetzt einfach mal dazu einen richtig schönen umweg schwimmen und jetzt und jetzt ja ja Boah. Was halten die denn aus, diese Viecher? Das ist ja unglaublich. Haha. So viele Leute, die die Augen offen halten. Okay, wir haben es geschafft. Wo sind wir jetzt zurück? Ach so, wieder zu dem Typen. Willis? Ja. Schnell rein. Go. So. So, da unten rein. Okay. Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Na okay. Ich höre auf. Ich höre auf. Ich höre ja nicht. Nichts. Mhm. 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 Das ist alles, um den Laden auszuheben. Ich spür's. Übrigens. Du wirst echt populär. Tolles Wetter haben wir. Meine Schwester. Die tätowiert das Weißbrot. Jetzt hörst du mir mal gut zu. Deine Familie ist mir scheißegal. Du verdankst es mir, dass sie dich nicht auf meine Autoantenne gespießt haben. Deshalb fände ich es sehr gut. Okay. Wenn ihr Jaws und Brody nicht egal wer. Okay. Geht klar. Fantastisch. Ja, ich liebe dieses Wetter. Wie heißt dieses Dorf da unten noch? Wer ist Tom? Einheimische Sympathisanten? Die haben ein Transportverzeichnis, das mir am Herzen liegt. Ich werde sie mal besuchen. Schön dich zu sehen, Lars. Du musst dann wohl nach Bearerstown. Ich wette Oliver steht auf dem Verzeichnis. Wer hat es? Sag ich dir, wenn du da bist. Ich hab noch was zu erledigen. Du findest ja raus. Also was für ein... Das ist doch mein Heini. Kann ich dich nicht? Ich würde dich aufkloppen. Na gut. Dann nicht. Dann eben raus. Das ist eine Miese. Ekelhafte. Also wohin? Da? Ne. Was? Da? Ne. Achso. Geh zu den Reisfeldern. Da oben hin. Oh, da kam ich am Camp ganz vor Seid erst mal hier. Du bist eine Puppe. Eine Puppe. Oh. Please give me Monition. Gott ist das. Okay. Ach so, weil ich jetzt RPG Monition... Was ist das? Minitaschenlampe. Oh. Ah, alles verkaufen. So. Die wäre auch verfügbar. 16 wäre auch verfügbar. Macht eigentlich am meisten Schaden. Das nicht. Das nicht. Das geht. Das würde am meisten Schaden machen. Neue Schussfrequenz. Ich bin ja mit der da eigentlich... Ne, bin ich ja eigentlich hoch zufrieden. Was kann man... Ein von einem Aufsatz. Okay. Hat sich erübrigt. Scharfsschützengewehre. Habe ich ausgerüstet. Habe ich zwei von zwei Aufsätzen. Hat sich auch erübrigt. LMGs. Die wäre verfügbar. Aber die will ich nicht. Granatwerfer. Schaden. 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 Beweglichkeit. Okay. Ehhh. Was gibt's denn da noch so? Spezies. Neut. Leuchtpistole, Flammen... Ne, das ist alles... Ne, 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 ne. Konsumartikel, Karten. Was ist denn das hier für eine Karte eigentlich? Amanaki. Objekte. ach so damit man seine ganzen dinge hier finden kann die schatten schätze oder so nehm ich mal an ok einzigartige waffen die kennen genau die habe ich freigeschaltet über den shop da kann man den noch irgendwie ich habe nicht genug geld 2790 ja dann nehme ich aber trotzdem aber glaube ich wieder meine pistole mit oder statt dem blöden lumpigen welche wand ist eigentlich bei der magnum auch hier anpassen hat er drauf ein naja dann könnte ich noch einen zweiten nachtsicht nachtsicht oder erweitert nachtsicht stattdem ach so ich habe schon wieder einen punkt oder fälligkeiten schon wieder ein na klar ja machen wir mal hier noch weiter was ist das sechs gesundheit für eine brauche schon mal sechs gesundheit für der feuer macht es keinen sinn nee das macht auch keinen sinn schneller nachladen ist halt auch nicht schlecht ach jetzt gehe ich mal da in diese richtung wegen der treffer genauigkeit okay habe ich sind da habe ich die session wo war das lager das war doch gleich hier irgendwo noch ein bisschen in diese richtung weiter okay diesmal sollte ich mal schauen dass ich mal alle markieren nicht wieder ein trottel in der wettgeschicht alles niederballer und dann kommen wir wieder 25 ums eck und so komm da wirst du wohl hochkommen hier jetzt einer da ist noch einer da ist einer vier stück sehe ich das richtig können wir doch hinkommen wenn ich von rechts oben wo ist der sirenenkasten da damit ich den im blick habe wenn ich von rechts oben schießen würde dann könnte das doch klappen da hätte ich doch die sicht drauf da sind zwei nein 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 Oh Mann Oh Mann So ein Mist Wir kommen aus dem Süden Was für Verstärkung kommt denn da? Oh 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 zeig mal was du drauf hast hab ich wird das total verkackt unglaublich mit mir unglaublich versteht es gar nicht wie ich das so versauen kann das jägers aufgabe nix jetzt geht's los dann gehen wir da mal rein keine munition ok erst mal verkaufen schnell verkauf und dann ja brauche ich eigentlich noch irgendwas eigentlich nicht gibt es hier irgendwie eigentlich körperpanzer genau ich habe total vergessen dass man das ja auch kaufen kann gut so und jetzt da in die richtung weiter kann man da per pedis oder ist es zu weit munition ach egal das wird auch so gehen stiefel stiefel wo sind das hier für tolle ruinen wo ist das da will ich runter cool da kann man auch noch tauchen wo ist das wo ist das für ein leeres feuerzeug naja gut warum denn nicht ne da kann ja auch mal wo geht es denn hier hin nirgends nirgends ok naja wie kommt man wieder hoch gut jetzt muss ich springen oder was was für ein reinfall das mache ich nicht noch mal in irgendwelche gruben reinhüpfen wir hier im leeren feuerzeug also wenn ihr ein leeres feuerzeug wird dann schau ich mal auf meinen schreibtisch da liegen auch noch drei vier stück das ist ja fast schon beleihend heute darf dich nicht bemerken ziel keinerlei aufmerksamkeit auf dich super da muss ich hin ja da kann ich doch mal da hier so oder seilrutsche heute ist hier warte bis er weg ist sonst macht der hähnchen süß sauer aus seinen freunden ich will dass euch klar ist dass jeder jeder der diesen wilden draußen im dschungel hilft endet wie unsere freunde hier ist das bei euch angekommen du lauf siehst du den rot gestreift ist die Mitte vom Wienkreis freundlich genug viel Spaß mit unserem Mann du musst ihn da raus holen bist du krank er hat das transportverzeichnis das dich zu oliver kassel führen wird ist sicher verschlüsselt aber ich machs wenn du ein Foto schickst und bemerkt zum beobachtungspunkt ok jason dann mal los äh ach da hin das war nicht so schwer das war nicht so schwer man kann die Minen sehen wenn man langsam macht äh wie 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 bin ich denn langsam ok ok schön langsam und dann gehe ich nicht einfach dahin k ok ok jahre küçükman jetzt wer hätte ihn damit noch rechnen können Das Huntley bat mich, dich rauszuholen. Er meint, du kannst mir helfen, einen meiner Freunde zu finden. Sag mir jetzt erst, wo Oliver ist. Nein, ich muss vorher zum Dorf. Ich sag, ich stehe dann dort. Naja, du sagst es wieder. Luch doch mal. Okay, mir nach. Wir müssen das Feld überqueren. Den knüpfe ich mir. Wir müssen das Dorf holen hier. Ich weiß, wo die Minen sind. Das ist super, dass du das weißt. Du willst nur hin? Da. Geschafft. Mein Bus ist da auf dem Hügel. Komm. Diese Kulder hat mich für dich aufgehoben. Das wirst du mir büßen. Tritt ich auf links. Stammt. Genau. Na los, den Hügel hoch. Komm. Das war bloß da. Wir sind jetzt schon fast oben. Na ja, dann. Ich hole die Dokumente. Pass auf. Na, pass auf. Na, pass auf aufpassen. Was cool ist. Hey, deck mich während ich suche. Mach schon. Ich finde die Dokumente nicht. Beschäftige sie. Reicht sie einfach umzubringen, oder? Muss ich auch noch irgendwas Tolles tun. Ich tue mir noch. Die haben alles auf den Kopf gestellt. Alle meine Sachen. So ein Chaos. Beschütz mich. Ich suche noch. Das ist mir jetzt ganz schön überrascht. Ich hole mich. Okay. Wie lange brauchst du noch? Hast du mal irgendwann? Ich meine. Hey, komm her. Ja, bin da. Hier ist es. Ich habe das Transportverzeichnis. Mach mal Feuer davon. Mann, endlich. Ich fotografiere das mal für Willis. Na, das war ja nicht mal auf dem Display drauf. Willis, hast du das Bild? Diesen Code kann ja eine Andertaler lesen. Entschlüsselte Koordinaten gesendet. Oliver ist auf der alten Straße. Gut, bin unterwegs. Bin ich. Ich fange den Konvoi mit Oliver ab. Gut, aber vor allem muss ich jetzt plundern. Fertig kann. Nein, nein. Oh, da liegt da Geld. Geld. Herr mit dem Geld. Herr mit. Ein Dollar. Und dann waren es doch acht. Ha! Wo ist denn das Diamantenkistchen? Na, hier. Joker-Spielkarre. Na gut, also jetzt soll ich den irgendwo abfangen. Und wo ist der? Da. Das ist ja wunderbar. Da machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Bis dem nächsten. Tschüss.